2016 ist es da, Freunde. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt auf dem Kanal, auf dem Handy oder sonst was. Ihr habt was anderes mitgekriegt und zwar, dass wir dieses Jahr 15 Jahre Bandjubiläum feiern. 15 Jahre in dieser Gemeinschaft, in dieser Truppe. Es ging steil bergauf, es ging manchmal auch sehr rasant nach unten, aber trotzdem haben wir es uns durchgekämpft und haben eigentlich relativ früh erkannt, wenn man dran bleibt und auch die richtigen Leute an der Seite hat, dann kann es mit einer Band sehr, sehr weit nach vorne gehen. Und dieses weit nach vorne gehen oder weit nach vorne schreiben möchten wir angewiesen feiern und zwar am 30. Juli in der Berliner Wohlheide. Es ist groß, es ist eine wunderschöne Location, natürlich ist der Platz irgendwo auch begrenzt. Wir wollten das so haben, wir wollten nah an euch dran sein, wir wollten das Feeling spüren, wir wollten eure Gesichter sehen, wir wollten und wollen mit euch feiern, lachen, tanzen und bis zum guten Schluss einfach 15 Jahre würdig feiern. Mit jedem von euch und die Tickets liegen bei uns auf der Seite und bei Eventim. Ich hoffe, ihr sehen uns, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir uns freuen. Und ansonsten will ich einfach nur noch sagen, geile Zeit war das alles mit euch und die geile Zeit werden wir auch so hoffentlich in Zukunft haben. Vielen Dank für alles. Danke, tschüss. Bringt schönes Wetter mit.